Ja, verstehst du? Ich bin zufrieden, Joey. Ich bin zufrieden. Okay, ich werde nur... Ja. Sie ist hier. Ich bin so politisch, um sie zu knallen. Das ist ihr Bett. Sie kann es liegen. Oh, die Musik ist ja ganz grandios. Haben wir keine Waffe dabei, kein Messer, kein nix. Zigarette. Nix. Nix. Leiter vielleicht. Kamera ans Gesicht schlagen. Gibt es ja auch gut, auch gut, auch gut, auch gut. Zigarette. Kann es ja... Ach, ne, Mund hat das auch gekostet. Gibt es hier nicht irgendwo? Oh. Oh. Ich kann dir helfen. Help me, huh? You're in pain? Lost? I can help. Who are you? I am the Countess. Do you have a guide? A spirit guide? I still feel her. She is gone, but not completely gone. What do you mean? Kid, her mind is snapped. She's not gonna make any sense. Yes. She snapped my mind. She went away and my world expanded. I see everything. 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 It hurts. Hm. Who was your spirit guide? She had a name. I no longer know. I wish I knew. I cannot think. Not without her. Why did she leave? Why? Where is your spirit guide now? I don't know. Her voice is gone. I'm lost. I found that other voice. But he is so quiet. You mean Mitchell. The true guide. She is gone. Gone. How did she go away? I don't know. She found a way. Why did she do that? You're bonded with Joseph Mitchell. Is that his name? The guide who is not a guide? Yes. The non-guide. He speaks to the world. He spoke to me. He tells me what to do. Oh, he is so often silent. It's been years since I heard his voice. But tonight, I heard him. He told me to- He didn't tell you that. Why else would I be here? I- I'm here to help you. You're here to kill me. No! I don't kill. I will set you free. Hey, watch it lady. Were you like me before your spirit guide went away? Like you? You know, sane. Joey. I was... Happy. I was smaller. Saw the world in muted colors. And there was music. Sweet music. We helped people. It felt good. Now she is gone. Now I help people, but it feels bad. Will I become like you? Please tell me. That's all I want to know. You? You are loved. Loved? Loved by who? You are a pain, my child. Let me help you. I'd like to help you instead. Help me? I need no help. You need to be free. Hey. Hey! Let her go, you old witch! Damn it! I can't do anything! Fight her! Lauren, fight back! Fight back, damn you! What's all I want! I put my hand... ... ... ... That´s what happens when you mess with us. Stay away from her! Nein, sie braucht meine Hilfe! Warum schreitst du so weit? Du brauchst nicht Hilfe. Sie, sie... Hey! Ich brauche Hilfe! Hilfe? Ich warte. Ich werde dich retten. Ich werde dich schrauben. Ich bin in Schmerz. Mhm. 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 Ich bin in Schmerz. Ich bin in Schmerz. Ich bin in Schmerz. Ich bin in Schmerz. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Warum nicht ich mich helfen? J-Joey? Ich bin in Schmerz. Wo ist sie? Ich bin in Schmerz. Ich kann sie schauen. Ja. Es war sowieso sie oder du, Darlene. Du hast die richtige Wahl. Was ist die Sicherheit? Oh Gott! Jetzt kommen die Polizei an ihm zu dem Hintergrund. Oh Gott! Ist es nicht? Ja, es ist etwas. Das ist eine schlechte Idee. Du musst nicht das machen. Hallo? Hi, Jack? Lauren, Siss, ist das du? Ja, Jack. Das ist ich. Wo hast du dich? Es ist nicht wichtig. Ich liebe dich. Tell me about your life, Jack. Wie ist Maria? Das ist eine wirklich schlechte Idee. Wooh! Das ist eine schlechte luckyes Erinnerung. Das ist eine schlechte Erinnerung. Die Spendung! Das ist wo... Das ist wo... die Sinn nachfolgen. Das ist wo... Das wurde geschlafen. Das ist wo... Das ist wo... die Handlung beginnt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020